hallo zusammen und herzlich willkommen zu mir im blästern block 2 ja willkommen im untergrund mal wieder und ja es geht immer mehr richtung ende zu in diesem modpack wir haben ja in der letzten folge diesen diesen kleinen kerl geklatscht den chaos schicken genau dann haben wir den schade ich bin auch ein schade den chaos short bekommen dafür bekommen vier watermills ja das ist gerechte belohnung würde ich sagen naja kein kommentar egal aber wir haben noch einiges andere und zwar wieder rüber mal ja storage upgrade und storage upgrade 4 habe ich gecraftet wirklich nicht die welt ich denke da muss man nicht mit dabei sein genauso ich habe die fluid cells die habe ich einfach mal ins auto kraften gelegt und bestellt sprich die müssen jetzt eigentlich nur noch mehr rausholen ich kriege keine erfolge jetzt bekomme die erfolge da wollte ich nicht hin das ist schon wieder resettet ich glaube ich kurz jawohl und wir haben die nächste seite fertig nice genau einmal die dann die dann die und die genau ja okay dann noch mal eins zwei drei vier fünf seiten schon fertig vier bleiben noch offen wobei die erste naja 97 prozent ihr wisst ihr es egal da ärgern wir uns jetzt heute nicht drunter damit das kommt weg kommt weg 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 jawohl ehrlich alles weg und jetzt muss ich mal ganz kurz das weiß nicht so dass sie das immer wieder umstellt keine ahnung so wird schon dreimal anders eingestellt jetzt muss wieder anders genau das sind meine beiden maus buttons dann geht es um einiges flotter wir machen heute die seite also heute machen wir sogar zwei seiten fertig krass genau und wir machen den chaotic core das habe ich mal krass komisch ausgesprochen egal nicht koateck karotik genau was brauchen wir dafür ja ok vier erwägen core vier erwägen ingots und einschaut naja ich stelle mir vor wenn man das alles mit drachen erfahren müsste dann bräuchten wir drachen form oder was dann müssen wir erst einmal riesig viel platz ausheben naja egal wir brauchen das ja zum glück nicht denn das können wir einfach mit dem land mit emc erfahrungen so genau da kommt jetzt der teil da rein das klicken wir an und dann geht es schon erledigt jawohl und wir haben den chaotic core was man klar wenn sie im c rein sieben uns garmens der graus warum auch nicht können wir es uns leisten und wir haben die nächste quest und das nächste sollte eigentlich wirkliche kleinigkeit sein haben wir auch da wunderbar ja ist jetzt ist das ist wirkliche kleinigkeit vier diamonds dragon egg und core 1 2 3 4 1 und 2 der kommt da rein schaut mal wieder ein jawohl das ist schon wieder erledigt also das geht ja wirklich ruckzuck jawohl und dann haben auch die nächste seite fertig wie krass ist das jawohl ja es fehlen uns eigentlich nur noch drei seiten schon haben wir schon wirklich gut was geschafft muss ich sagen genau dann tauschen wir die kurz einmal aus weiß gar nicht ob wir die überhaupt noch brauchen ja ich werde ich werde die vielen den upgrades auf der rüstung noch machen brauchen wir zwar überhaupt nicht ist völlig nutzlos aber ich hätte gern abgeschlossen das ganze genau das speichert mal da ein er hat ernsthaft keine mc machen wir nicht fertig ja krass ja okay dann halt nicht dann machen wir es heute so genau dann schmeiße einfach damals 16 stück jetzt muss ich wieder aufbauen das ist ja nervig vor allem immer stück für stück wieder sind jetzt nur eingespeichert 1 2 3 4 1 und 2 okay immerhin sind es neu gespeichert ich habe es gemacht oder nach funktioniert noch ja genau das lassen wir jetzt einfach der offscreen noch ein bisschen weiter was heißt offscreen jetzt ist offscreen ja so ja dann machen wir heute weiter und zwar haben wir da noch ja drei seiten da würde ich sagen wir fangen einmal mit project i an und machen da weiter und zwar das knowledge sharing book das habe ich gesehen ist nicht so tragisch vorher noch was und zwar habe jetzt zufällig was entdeckt und zwar ist es das repair tablet das ist relativ einfach zum kraften und repariert items im inventar und zwar aber ein durability für jede sekunde die frage ist halt zieht es dem dann durability ab ich weiß es ehrlich gesagt nicht habe ich da schon mal jawohl habe ich da schon probieren wir es nochmal es ist absolut interessant was da dann dabei rauskommt bin ich wirklich gespannt genau dann brauchen wir noch ein redstone ingot ja der ist ja easy going jetzt ziehen wir mal über jeweils kleinste graus dann haben wir in zukunft auch keine probleme mehr und dann bin ich echt gespannt was das zeil bringt tatsächlich das repariert die items wie geil ist denn das ok leider nur offhand ja ich habe schon so viel müll im inventar dieser repariert jetzt einfach die items ja nice also muss in zukunft besser aufpassen ob es dieses repair tablet von tiny progressions gut brauchen natürlich diesen diesen netherstar dafür und und gastiers aber der rest ist eigentlich relativ einfach zu machen da muss ich wirklich aufpassen in zukunft naja egal das war jetzt nur mal so zur seite ding wie sie gefunden habe und wie gesagt ist natürlich auch eigentlich ein bisschen zu spät dafür aber besser haben als nicht haben so groß das hat nicht funktioniert scheint nicht zu funktionieren das ist ja doof jetzt haben wir nämlich ja jetzt habe ich es da rausgeschmissen egal wenn es sowieso nicht funktioniert aber wieso funktioniert das nicht egal muss ich mich mal aufs grün drum kümmern dass ich das problem einmal löse ähm ich hätte es einfach da unten rausziehen können naja egal egal jawohl wir haben das knowledge sharing book ich weiß nicht ich glaube das bringt uns überhaupt nichts ich glaube damit können wir irgendwie unser wissen an wen anderen weitergeben aber da haben wir hier alleine spielen bringt es nicht viel dann schmeißen wir es da rein haben wir es gelernt wunderbar genau holen wir es nochmal ein reward ab ein octetic capacitor ech dann würde ich sagen wir bereiten schon mal das nächste vor und zwar für das transmutation tablet brauchen wir noch ein bestimmtes item genau und zwar die sogenannten HDPE sheets von mechanism dafür brauchen wir die pellets dafür brauchen wir das liquid ethylen dafür brauchen wir ethylen und dafür brauchen wir die pressurized reaction chamber und dafür brauchen wir wieder irgendwas anders enrichment chamber ja das wird jetzt ein bisschen herumgecraftet muss ich sagen ähm machen wir es so ich glaube dass es einfacher ist ok da fehlen uns diese platten die können wir nicht herstellen da brauchen wir den metallurgic infuser jetzt wird es aber krass ok genau und aus dem machen wir jetzt diese platten mit osmium und redstone ja jetzt sind wir leider schon wieder da es hilft nichts genau redstone osmium genau und dann können wir uns die enrichment chamber bauen steel casing sagen wir uns auch mal ein paar denn da werden wir noch ein paar brauchen das ist ja immer das basis für mechanism geräte genau jawohl und da haben wir die nächste fertig genau mit der enrichment chamber können wir jetzt ähm was war das mit der ah wir wollten es weiter craften ja ja so war das dann brauchen wir noch die tanks genau dann machen wir jetzt einfach die zwei stück wir brauchen wir da nicht dynamic tank auch machen ja jetzt brauchen wir doch noch eisen ist das gemein da muss man jetzt wirklich komplett mekanismen durchspielen oder wie das ist durchaus ein kleines bisschen nervig muss ich sagen aber naja fahrt man einfach auch kurz ab und dann schmeißen wir es wieder vorne rein gehen wir davon aus dass es auch wieder einen emc wert hat jawohl und wieder zurück ja heute ein bisschen hin und her springerei aber ich bin froh dass wir es wenigstens so herstellen können und das nicht immer per hand craften müssen wäre natürlich der größte spaß so wir haben die pressurized reaction chamber genau und jetzt müssen wir noch das oxygen herstellen wie hat jetzt die maschine geheißen das war irgendwas mit separate elektrolytics separator glaube ich war das haben wir sogar noch im inventar genau eins zwei also das ist echt eine geile idee mit diesem reinwerfen rausziehen das macht das alles so viel einfacher das muss ich in zukunft bei anderen projekten auch immer machen einfach so kleine basis wo man alles hat was man braucht absolut geniale sache jawohl und dann brauchen wir noch dieses gorscht dropper genau da machen wir uns vielleicht gleich mal da machen wir gleich mal drei stück dann was brauchen wir noch was brauchen wir noch wir brauchen noch das was das flüssig in gas um umwandelt genau der rotary condensentrator das ist mein krasser Name naja ah ja ok die können wir zum glück gleich craften ich habe schon gemeint da muss jetzt wieder irgendwie was spezielles da nimmt er den tank wieder nicht warum auch immer aber gecraftet haben wir jawohl das war der genau und dann haben wir eigentlich schon die drei maschinen die wir brauchen sollten ich glaube mehr brauchen wir dann gar nicht großartig so genau das ist das ah der braucht noch Wasser der braucht noch Wasser und den letzten baum auch da hier genau dann brauchen wir noch Bucket genau dann schmeißen wir ihm einfach mal ein bisschen was rein und dann holen wir uns Hydrogen und da warten wir kurz ab bis es einen Eimer voll ist ich weiß gar nicht wie viel das wir genau brauchen aber schaden kann es nicht wenn wir ein bisschen mehr haben ah wir brauchen noch das andere Zeug stimmt das habe ich komplett vergessen wir brauchen noch dieses äh Biofuel oder wie das Zeug heißt genau haben wir Oxygen und Hydrogen und da wird jetzt jetzt einmal wieder abhauen das ist mir gerade ein bisschen zu laut da wir brauchen ähm Biofuel genau so hat das geheißen das geht nur im Crusher haben wir denn noch einen Platz ja da ist noch ein Platz also nein kein Kommentar zu dieser Wand genau und der hat da einfach irgendwelche Saplings genommen und da reingeschmissen genau wir brauchen nur ein Stück den Rest können wir wieder vermehren ich frage mich gerade habe ich noch ein genau machen wir es uns ein bisschen einfacher indem wir einfach das Gerät da her holen dann brauchen wir nicht immer zurückspringen so ah das kann man nicht vermehren aber eigentlich brauchen wir da wahrscheinlich gar nicht mehr denn wir packen dieses Zeug jetzt genau in die PRC brauchen wir Wasser und Hydrogen kann ich das da rausziehen jawohl ich kann es da rausziehen zum Glück genau und das kommt da mit rein zwei Stück auch okay jetzt bin ich gespannt ob das nächste Teil wenigstens EMC hat das hat auch kein EMC genau jetzt brauchen wir Oxygen und Liquid Ethylen wo war die Maschine jetzt aber ich verliere schon den Überblick da da war es genau da kommt jetzt das Ethylen rein denn wir brauchen da Liquid Ethylen genau das lassen wir jetzt einfach durchlaufen und dann sollte das eigentlich im Großen und Ganzen ausreichen wir brauchen da ja nicht größere Mengen sondern wir brauchen ja nur ein Stück weil das hat nämlich zum Glück EMC so das kommt da rein und Oxygen hat da gefehlt genau und dann läuft es und sobald das erste durchgelaufen ist haben wir eigentlich schon gewonnen jawohl genau und jetzt müssen wir jetzt eigentlich nur noch umcraften zu den Teilen dann haben wir das eigentlich auch schon geschafft nice genau dann gehen wir noch mal kurz da rein und bauen das auf was wir abgerissen haben jetzt können wir wieder ausschalten wieso verschiebt denn das immer das ist jetzt schon zigmal passiert das ist doch nicht irgendwie ich stelle mich doch nicht dumm an oder so oder oh jetzt leckt es ich weiß nicht bei jeder Aufnahme ist einmal so ein riesen Leck drin ich weiß nicht an was das liegt ich habe keine Ahnung aber es ist halt wirklich immer nur pro Aufnahme einmal dann ist dann Basis wieder dann hat sich wieder alles erledigt alles beruhigt alles funktioniert wieder sauber keine Ahnung an was das liegt genau da ist ja doof dass man die immer so weg bauen muss jawohl jetzt funktioniert das genau dann schauen wir mal einfach ich weiß gar nicht wie viele das da jetzt noch drauf sind ja krass das geht ja ja doch das geht durchaus recht zügig ja krass haben wir vier Stück ja das das reicht auch mehr braucht man glaube ich wirklich nicht der Rest kann alles da rein die können wir auch da reinschmeißen die können wir auch da reinschmeißen genau und die kann man eben da leider nicht reinschmeißen warum auch immer jawohl und dann schauen wir nochmal kurz ins Questbook genau denn wir brauchen das Transmutation Tablet und da sollten wir jetzt eigentlich alles haben was wir brauchen machen wir nochmal kurz auf wir brauchen Neutronium Ingots Chaos Shards und Energy Condenser Chaos Shards Red Matter Block HDPE genau dann brauchen wir noch die Ender Stars Infinity Ingots und Black Hole Unit mit vier Stück hätten gereicht und was war das letzte ein Transmutation Table und dann sollte man eigentlich wirklich alles zusammen haben für dieses krasse Gerät und dann gehen wir mal wieder in diesen Raum rein und ja nice wir haben das Transmutation Tablet absolut geniale Sache und was bedeutet das ja ganz einfach wir haben das Ganze jetzt mobil wir müssen jetzt nicht mehr extra überall so ein blödes Terminal aufstellen immer hinrennen zurückporten sondern wir können das Ganze einfach von unterwegs aus machen absolut genial jawohl dann schließen wir die Quest nochmal kurz ab zwei Double Layer Capacitor ha nice schöne Sache schöne Sache genau wie gesagt jetzt haben wir das Ganze immer mobil mit dabei und ja dann würde ich sagen machen wir ja auch heute Schluss für heute wir haben heute wieder einiges geschafft wir haben die Seite Storage komplett fertig und wir haben Draconic Evolution komplett fertig es fehlt euch nur noch eine Kleinigkeit an Project E eine Kleinigkeit okay massig EMC massig EMC das ist glaube ich wirklich bloß eine Kleinigkeit genau dann müssen wir Extreme Crafting noch fertig machen das sollte mittlerweile aber auch kein Problem mehr sein und Thumbcraft haben wir noch einiges zu tun wobei das werden wir ja ich werde da einiges zusammenfassen also Golems glaube ich werde ich mir gar nicht mehr anschauen weil da habe ich auch null Ahnung da müsst ihr mich wieder komplett einlesen ich denke wir werden das einfach kurz durchcraften genauso wie das höchstens vielleicht noch mal das ein bisschen anschauen mit den Zaubersprüchen was man da Interessantes machen kann und das Crimson Rides müssen wir noch machen jawohl und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch also ich muss immer noch sagen ich finde es absolut genial dieses Thumblock 2 Modpack die Quests sind ja die Kühe okay das war so ein bisschen naja viel Arbeit und relativ ja doch die Infinity jetzt bekommen wir massenhaft raus ja na also im Großen und Ganzen muss ich sagen ich bin immer noch absolut begeistert von diesem Modpack es gibt Modpacks wo es so Phasen gibt wo man sich denkt ja muss das sein das na hm aber habe ich hier bei Stumblock 2 eigentlich fast gar nicht gehabt ich bin eigentlich bis zum Ende noch immer voll begeistert und ich hoffe ihr freut euch auch noch auf die nächsten Folgen ja bleib mir nur noch zu sagen vielen Dank dass du wieder mit dabei warst ich hoffe dir hat es gefallen wie immer bitte gerne abonnieren bewerten kommentieren und dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal ciao